ein bisschen vermisst habe ich unsere musik die passt aber gerade richtig gut ich muss das vorsichtig machen weil die manchmal ist dann hier der boden weiß nicht wo ich nachher hier rauskommen meinst du das hast du es eben auch gehört ganz zufällig ich höre ihn und da ist er schon mal nicht ich höre ihn jetzt jetzt höre ich ihn rechts ich weiß nicht wo ich bin hilfe hi hi quarts jetzt höre ich ihn rechts quarts gefunden geil dann mitnehmen quarts ihn gefunden was ist o serverleitung hallo oh arschloch bitteschön was meint du gierhals xp bank so und jetzt genau die idee hatte ich auch komm wir schleichen jetzt so um nina hoch ich kann nicht stören die ignoriert uns das ist so doof mag die musik aber ...unda, da, 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 daaaah. O! Toll, patschiger Kern! Und jetzt alle! Tdododododod kungzum- Hilfe, Hilfe, ich klebe! Warte. Die Musik ist so laut, ich höre ich nicht! Oh, wir haben das Orchesterstück. Was machst du da? Hilfe! Warum? Ich kann nicht weg! Warte mal, ich muss mal das Tiger unterschmeißen. Ich hab wieder leiser gemacht. Oh, schade, das Ende... Ja, genau über so einen Abgrund musst du mich platzieren. Genau! Na, aber... Du kennst mich... Tiger! Ich kann mich trotzdem nicht pehlen. Gib mal Speed 1 ein. Das war aber ein sehr schöner Flug. Zeitgeschwindigkeit. Jetzt endlich meine Burg. Vielleicht müssen wir weiter höher. Hier ist doch schon so viel zu sehen. Warte mal, ich mach mal... Hier ist absolut keine Burg. Ich guck mal ganz kurz auf die Dunn-Map. Ja, mach das mal. Ich trinke dabei einen Schluck, während ich das Fernglas benutze. C-Eutfeld.de Aber weißt du was? Mir gerade einfällt... Nein. Das könnte ich mal... Ja, das geht. Das könnte ich mal tuten tun. Tuten tun? Ja. Wir sind genau in die falsche Richtung gegangen. Wartet mal kurz. Wartet mal kurz. Ah, dass es hier keine Mini-Map gibt in Minecraft. Außer die normale Map. Es gibt ja... Modifikationen. Modifikationen. So. So, bin wieder da. Hallo. Bin in die falsche Richtung. Ich hab noch... Denn lass uns mal in die richtige Richtung gehen, Herr Leiter. Warte mal. Ich muss die Katze wieder untermachen. Die ist jetzt schon zum vierten Mal oben. Müssen... Bist du denn... Bist du ein ganzer Leiter oder ein halbe Leiter? Eine halbe Leiter. Müssen einmal wieder zum Spawn zurück. Oh. Einmal zum Spawn zurück, meine Herren. Da muss ich ja wieder was eingeben. Ich teleportier dich auch. TP. Oh. Wo ist ich dein Name? Der wird nicht mehr vorgeschlagen. Nein, das hab ich ja deaktiviert. Hallo. Hallo, Süßer. Hä? Na, Schnucki. In deinem. Wir müssen in die Richtung. Da, um die Ecke ist einer, der holt. Ach, da oben. Oh. Oh, jetzt spuckt er uns an. Au. Sage mal. Du bist immer ganz schön frech da unten. Sammy, du seist dich. Keine. Oh, ich wollte mal ne Runde brennen. Nein. Die Maus in den Schuss fehlt. Ja, ich seh dich doch gar nicht. Ich bin hinter dir. Ah. Ach, guck doch mal. Hier kommen wir heil runter. Oder auch nicht. Mit der Schaufel in der Hand klatsche ich an die nächste Wand. Hallo. Hier da unten. Äh, hier da oben. Ein Seebisch runtergefallen. Ah, hier. Ich hab doch nur die Toilette gesucht. Yippie. Ist nix passiert. Oh, das Magmaschleim. Magmaschleim? Ja. Wenn die einen Schleim trocken, äh, trocken, ist das sehr wertvoll. Oh. Gab nix. Damit kann man nämlich, glaube ich, Stärkgetränke brauen. Oh, meine Nase. Ich glaub, morgen fang ich an, mal die komischen Tabletten zu nehmen gegen Allergie. Ja, wir müssen noch ein Stück weiter, ein ganzes Stück. Ah, wir kommen hin. Ich würde sagen. Hier sind wir aber lang gegangen, ne? Hier sind wir lang gegangen. In die Richtung sind wir gegangen, vorn. Und wo müssen wir jetzt lang gehen? Äh, in die Richtung, wo ich hingucke. Also immer der Nase nach. Also bitte nicht durch die Lava. Also so. So, ne? Ja. Ähm. Achso, geht nicht weiter. Ja, Nina? Hier geht's weit runter. Das kleine Stück. Blück dich. Warum, warum ist irgendwas anders bei mir? Ich krieg keinen Fallschaden mehr. Soll ich das mal ausprobieren? Nee, lieber nicht. Äh, wie... Nein? Ich buddere uns mal ein Loch. Er buddelt uns ein Loch. Ja. Oder auch nicht. Jetzt ist die Hacke kaputt. Oh, oh, oh. Ich bin tot. Warte mal, wir müssten mal die, die, den Lava-Strom unterbrechen, ne? Nina? Ja. Damit er an seine Kiste rankommt. Äh. Na, so wird das nix. So machen wir das nicht gut. Äh. Ja, die Kiste ist grad unter Lava. Wir versuchen den Lava-Strom zu unterbrechen. Du machst ihn ja nur größer. Nein! Ich sag's doch, du willst... Ah! Ich kenn das nicht. Ich sag das doch, du willst mich töten. Nein, der alte Mann wird verbrannt. Er überlebt das. Da kommt der her. Jetzt müsste es langsam weniger werden. Ja. Ich hab's gefunden! Wie viel Pech kann ich in meinem Leben nur haben? Das hört aber noch nicht auf, ne? Das dauert einen kleinen Moment. Wird das denn weniger? Ich seh das von dir jetzt nicht. Ah, jetzt seh ich's auch. Nee, ich wollte doch nur helfen. Das hab ich gesehen! Oh! So. Ich wollte da das Feuer wegmachen. Hab ich dir was weggenommen? Natürlich nicht. Oh, meine Schuhe sind, glaub ich... Ah, nee, da. Ich hab's auch meine Schuhe sind kaputt. Ist nix passiert, Nina. Ist nix passiert. Alles gut. Das war nach bisschen Pech, ne? Vielleicht sollten wir uns ein bisschen nach oben bauen. Oh, oh, nein! Nein, weg da! Alle weg! 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 Hast du mit demselben Gaberfluss schon wieder aufgemacht? Ist das schon wieder gestorben? Nein. Nein, aber fast. Oh. Ich hab'n Weg nach oben gebaut. Wir müssen weiter links. Ich weiß nicht, wie wir dazu kamen. Ist alles gut, ne? Ist nix passiert. Und wenn, dann sterben wir jetzt alle. Aber die Eingelstour speichert sogar unsere XP. Ist mir grad aufgefallen. Wow. Das ist aber schön. Ich kletter mal hier entlang. Aua. Ich muss ja erstmal gucken, ob das überhaupt aufnimmt. Äh, kann man hier runter gefahrlos? Wo seid ihr jetzt langgegangen? Ich seh' das nicht. Ja, da kannst du gefahrlos... Scheder macht das ziemlich dunkel. Und ich schalte ihn jetzt nicht aus, weil das ist schön. Hier. Ich mag das dunkel. Ich mag das dunkel. Das sieht bestimmt auch... Im Dunkeln ist gut schunkeln. Sieht auch bestimmt so schön bei dir aus. Ja, bei dir ist es deutlich, Herrda. Aber du hast gar keinen Scheder an, ne? Nö, ich bin zu faul für Scheder. Was? Und? Warte, jetzt hab ich ein Bild gemacht. Hier ist es nun maler Sand. Hier unten. Ach da. Wo ist denn? Wo bist du langgegangen? Ich bin hier runtergesprungen. Ach da. Guck mal. Mir passiert gar nix. Warum? Äh. Darf ich mal kurz gucken, ob du vielleicht unsterblich bist? Nö, kein. Nö, ich hab Energie, hab ich verloren. Komisch. Also wenn ich... Wo ich gebrannt hab, ne? Wir müssten einmal hier lang. Nein. Okay. Dann... Gehen wir nicht da lang. Gleich können wir da lang. Noch nicht. Kleinen Moment. Jetzt können wir da lang. Nein, geht noch nicht. Ja, der Sebi, der mag so es verpixelt. Kann man jetzt live auf Switch sehen. Das ist nämlich wieder ein Live-LP. Das sollte ich dann auch dazu schreiben, ne? Das wäre eine gute Option. Oh. Möchte jemand schwimmen? Nein. Und hier ist irgendwo ein Freund, der uns... Den ignoriere ich jetzt einfach mal. Bist du ein Freund für mich? Ich suche einen Freund für dich. Uh. Bin ganz vorsichtig. Oh nein. Ah. Bin ganz vorgesichtig. Wie... Wie... Wie? Kein Fallscharm. Ja. Das kann man abbauen, ne? Ja, das mag man Blöcke. Wollen wir die nicht abbauen? Können wir. Und mitnehmen? Wir haben schon ein paar. Für Gestaltungszwecke. Solange du dich da nicht draufstellst, sind die auch harmlos. Ach, da soll ich mich draufstellen? Ja. So wie du jetzt? Ja, ich snick dabei. Dann können die einen nix. Magma! Ich bin schlau, ne? In Anführungsstrichen. Bitteschön. Oh. Da ist was kaputt gegangen. Ja. Ja. I. I war dat doch. Ich... Jetzt hab ich ihm nur gar keine Spitz... Dann hab ich gar keine Spitzsack gemacht. Also nicht so schlimm. Ich kann mich ja schnell hin und her teleportieren, ne? Warte, da liegt einer... Ich muss erst... Ich muss mich erst mal sortieren. Hä? Wo? Hast du schon? Wo? Wer schlürft da? Das ist hier Mr. Zombie. Ach so. Ach, nicht 7. Tee. Ich hab kein Backpack mehr drin. So weiß ich aber auch. So, dann werde ich nämlich den Krimskram schon mal raussortieren hier. Naja, ein paar so eine Blöcke können ja drinnen bleiben zum Bauen. Kohle hab ich aber mit. Geil. Warum hab ich Kohle mit? Du liebst Kohle. Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Wo seid ihr? Hier drüben. Ach, da hinten. Brauchst du mal den Weg sicher. Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Oh, Nina hat Quarz gefunden. Nina Quarz wieder. Ja, das ist dann das. Ja, das macht sie auf ihre Uhr. Dann hat sie eine Quarz-Uhr. Okay, der war flach. Ja. Wie mein Bauch. Ja, das war nicht weit. Okay. Wo ist jetzt die Festung? Wir müssen noch ein Stück. Oh, das wäre fast, das wäre fast ins Auge. Du hast was ins Auge gekommen? Ja, Pipi. Wenn wir jetzt hier runterfallen, dann nützt einem die Truhe auch nicht mehr viel. Nein, dann hat sich die Truhe auch erledigt. Ja, das hab ich ja am eigenen Leib gemerkt. Ich hab gemerkt, wie das heißt. Am eigenen Leib geerbt. Was ist denn da passiert, Nina? Das können wir uns gar nicht vorstellen. Ich hab auch noch nie meinen Rucksack gemacht. Das machen die haben die mit mir auch gemacht. Wie Schweine. Und Bleed hat am lautesten gelacht. Das war aber auch wirklich zu gut. Und viele Grüße an Bleed. Falls er das mal je wieder sieht. Falls es ihn noch gibt. Nee, ich hab ihn schon ermordet. Aha, hat er geschmeckt? Naja, sonst Schweizer schmeckt nicht immer. Hat er nach Käse geschmeckt? Nicht nur geschmeckt, sogar gestunken. Käse stinkt nicht. Käse riecht. Ach, der feine Herr. Ey. Was denn? Das ist mein. Ich war's? Warte, ich guck nochmal kurz auf der Map. Ich glaub, jetzt müssen wir in die Richtung. Nein, nur der Plan hat nicht funktioniert. Ich bin mir nicht sicher. Ich, ich, ich deck in den Rückszug. Äh, ach so, da. Ich sag jetzt nix. Ich hab eine Stunde auf dem Surfer. Was? Gar nicht. Scheiße. Oh, oh, oh. Ah, scheiße. Nein. Ah, wir werden alle sterben. Nina. Nina. Was? Wo bin ich denn jetzt? Ah. Nina, lebst du noch? Ja. Nee, ernsthaft? Du lebst noch? Ich will ja nix sagen. Aber wenn du mich hasst, dann sag's doch einfach. Ich brenne! Das tut so weh. Hallo? Ja, da hinten. Ganz hinten ist deine Truhe. Guck mal den Oldmann kurz her. Ich brenne immer noch. Nee, bei uns nicht. Wo ist denn die Truhe? Hier, das ist die Truhe. Hier, das ist deine. Ich weiß gar nicht, wo hier ist. Das ist hier vorne. Das ist meine? Wie mache ich das jetzt so? Ich möchte wieder mein Inventar sortieren. Sorry. Ich habe vorsortiert. Das passiert halt. Wir sind im Nether. Du wolltest uns umbringen. Was ist da noch? Ich will keine 14 fangen. Nein, nein, nein. Och Mensch, ich bin doch noch beim Sortieren. Du, da war Lava. Ich höre gar nicht auf zu brennen. Das muss am Scheder liegen. Warte mal. Ist da zufällig ein Lava-Sumpf? Kann sein. Wo seid ihr jetzt lang? Ach, da. Über uns ist Lava. Lava, Lava. Ich bin dein Lava. Lava. Lava ist mein Pfarrer. Jetzt wird es aber komisch. Sag mal, warum habe ich da vorne einen Block? Da hatte ich doch vorne mein Schwert. Da muss immer das Schwert sein. Ah, wir sind fast da. Das ist doch wunderschön. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Heiß. Ich brenne immer noch. Hier ist ein Licht aufgegangen von hinten. Oh, von hinten? Ich glaube, da ist ein Oidman. Du hast auf einen Block gebrochen, Standort. Ja, ich habe zu schnell abgebaut. Hä? Äh, Nina. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. Du, 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 du. Nina, ich brenne. Oh, das ist Quatsch. Oh, äh, äh. Vorsicht. Ciao. Hi, yo. Uh. Ich glaube, ich sehe schon die Festung. Oh, das mit dem Brennen geht mir auf den Sack. Ey, du kannst ja sonst den Server mal neu verbinden. Mache ich auch mal. Wartet mal, Schwertz, ne? Ich war, ich, oh. Ich wollte sagen, ich warte vor dir. Hi, yo. Ich brenne nicht mehr. Was für ein Zufall. Und ich habe keine neuen Nachrichten. Ja, das siehst du als Admin immer. Keiner schreibt mir. Gott sei Dank. Wo ist die... Ist da die... Warte, wir müssen... Wir sind auf der Ebene, aber wir müssen irgendwie nach links oder rechts nochmal abbiegen. Ne, das ist in der falsche Richtung. Müssen wir da lang, wo Ultman steht? Müssen wir da lang? Äh, ich sehe das jetzt nicht. Ich sehe hier auch nichts. Wir entfernen uns. Ich würde einfach mal sagen... Wir gehen mal nach da drüben. Bitte die Sicherheitsquote da anschließen. Bitte nicht Schiff loslassen. Das ist sehr gefährlich auf dieser Flugreise. Wiii! Oh, habe ich... Wiii! Ich habe gerade voll diesen Schock gekriegt. Oh, Nina kommt da angeschlichen. Sebi? Ja? Guckst du mal zu mir? Guck mal. Wiii! Oh Gott! Wenn du reinfällst, bist du aber selbst schuld. Ich werde ihm keine Haftung. Ist das wirklich jetzt hier richtig? Ich hoffe es. Ich sehe... Ich sehe... Ich sehe... Ich sehe Lava. Ich sehe tote Menschen. Ich sehe tote Babys. Tote Babys. Ich mag die zum Fressen gehen. Tote Babys! Oh, 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 oh. Ich bin schon unterwegs. Da ist irgendwas... Da ist was nieder anderes. Die Musik macht das so spannend. Oh. Kann nicht mehr. Jetzt mal, wo habe ich den ganzen Nezarek hier? Willst du denn auf welchen? Ich habe nur noch einen Stick. Oh, das reicht vielleicht. Das reicht sogar. Gut eingeschätzt. Warte mal. Und noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Los, du Stück. Reicht. Reicht, reicht? Reicht. Jetzt gucke ich mal auf der D-Map. Und jetzt sind wir falsch, oder? Ja. Geil. Oh. Lina, du bist zu fett. Was machst du da unten? Wir hätten in die andere Richtung gemäust. In welche andere Richtung? Zeig mal. Da, wo Lina hingeht. Ach so. Dann komm mal hier hoch. Warte. Warte. In oben. Gut. Bitte nicht durchdrängeln. Wer sneakt ist feige. Wer rennt ist feige. Äh, wer nicht rennt ist feige. Wer nicht brennt ist feige. Jetzt steht Nina irgendwo unten und baut vor uns einen Block ab. Kurz vor uns. Oh ja. Nee. Ja, ich benötige Hilfe. Ich finde die Burg nicht. Da, 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 da. Hä, hä, hä. Ach, der Alze. Oh, ist los von. Oh. Sag mal. Der Mann ist überall. Ich bin da überall, Mann. Und hab keine Hosen an. Du auch nicht? Nein, nie. Hast du wenigstens ne Unterhose an? Nein. Ich bin immer nackt. Das find ich irgendwie gut. Ich auch. Das tönt mich irgendwie nicht an. Wir sind immer noch in... Oh. Wir sind übrigens immer noch in... Nein. Nein, 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 nein. Bin tot. Nicht schon wieder. Ah, nee. Ich heile durchs Essen. Oh. Achso. Guck mal, er hat geheilt durchs Essen. Ich heile durchs Essen. Oh.